3, 2, 1, West Chef, say me, ka, boom. Wesley, 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 erzähl mir, warum... Hallo Freunde, mein Name ist TZ Tones und ihr seid jetzt bei What's Your Flow, bei dieser... What's Your Flow? Ist es Wesley? The Real Slim Shady kann ich, glaube ich, von vorne bis hinten auswendig. My bum is on your lips, my bum is on your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver the little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what in the course is, by the time they hit 4th grade... Céline Dion, my heart will go on. So großartig, ich bin so Fan von so einem Powerballaden. Meine erste Platte war Westlife Uptown Girl, die Maxi CD. Uptown Girl, she's been livin' in her uptown. Jetzt habe ich auf RTL 2 gesehen, die Werbung, als ich Pokémon geguckt habe. Und dann lief das und das fand ich krass. Dann habe ich es mir geholt. Mein erstes Konzert war Maike Buble. Gleich als erstes so einen Jazz Swing Schmankerl zu haben, das war schon krass. Sehr emotional war es beim Aufnehmen von Opa. Opa ist ein Song über meinen Opa, der vor 10 Jahren verstorben ist. Und da bin ich schon so ein bisschen emotional geworden. Da habe ich auch geweint beim Machen. Vielleicht so Kanye oder so, das fände ich interessant. Gerade weil alle dem nachsagen, dass er so verrückt ist und crazy. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und mit dem würde es bestimmt voll Spaß machen, was zu machen. Kanye, wenn du das hörst, dann check mich ab. Meine Nummer ist die 0176 und so weiter. Ladies,-Opa! Musik Musik Untertitelung. BR 2018